Du sagst ja, ja, wir fahren 120 Kilometer, wir sind bei Baila San Remo und das Rennen hast du viermal gewonnen, hast 300 Kilometer unterwegs, die Wachse geht, du weißt genau so viel wie wir, das ist allemal ein riesen Applauswert. Auf jeden Fall, das ist ja gerade für dich und mich, das sind ja 120 Kilometer, wir haben viel Geld. Ich würde schon sagen, ganz besonders die Förderung, die es alle gibt in Deutschland, unter anderem durch die Bundespolizei, und Charlotte auf Runde Förderkunde und als ausgebildete Fahrerin dann Profi geworden ist, das ist natürlich ideal für uns. Dann könnt ihr jetzt bei RATC Highwood, RATC Highwood super einbinden und wir sind sehr, sehr froh, dass wir sie jetzt bei uns haben. Charlotte, liebe Berliner, das ist ein rasch und begeistertes Publikum, ihr mit dem Team RATC Highwood startet apropos Süddeutschland. Wo kommt ich denn persönlich in nächster Zeit, in den nächsten Wochen und Monaten mal sehen? Na jetzt, in den nächsten Monaten, erstmal gründlich, weil jetzt kommt erstmal die Wagenweltmeisterschaft, und wir werden es dann gemeinsam mit der Zwei-Mannschaft vorbereiten und abwarten.